So, dann, ich danke Ihnen vielmals. Danke sehr. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Sir? Oh ja, wo ist meine Zeitung geblieben? Was ist mit meiner Zeitung? Oh, der Zeitungsstand hatte keinen und es ist mir viel zu umständlich, um die Ecke zu latschen. Aber ich will eine Zeitung haben, es ist sehr wichtig für mich. Okay, dann hole ich Ihnen eben Ihre Zeitung. Ich hole Ihre verdammte Zeitung. Beheilen Sie sich. Und vergessen Sie es nicht! Okay, okay, was verdammt nochmal kann an einer lausigen, lumpigen Zeitung bloß so wichtig sein? Oh, Dennis! Dr. Thorndike von Zimmer 1702 hat gerade angerufen, um Sie daran zu... Ich weiß! Können Sie mir eine Zeitung besorgen? Können Sie mir eine Zeitung besorgen? Er soll sie kriegen, seine verdammte Zeitung! Er soll es nicht, meine Tage wiederholfen, um Sieilerzeugustuch, um die Zeitung zu über sugenie nurtuten? Wir haben Sie Ihre Zeitung! Wir haben Sie Ihre verdammte Zeitung! Ihre verdammte Zeitung! Ich hoffe, Sie sind zufrieden! Zufrieden! Zufrieden jetzt! Der Kerl kriegt kein Trinkgeld mehr! Zufrieden! Zufrieden! Zufrieden!